hallo und herzlich willkommen zur vierten folge von construction simulator oder bau simulator was auch immer ihr bevorzugt diesmal allerdings mit noch jemand dabei nämlich den pascal hallo und ja in den letzten folgen haben wir ja den dieses unwetter in der nacht durchgegangen sind haben dort die akuten einsätze gemacht genau und danach habe ich mich noch mal drangesetzt und habe hier noch drei aufträge gemacht sozusagen die noch mit am anfang waren das war einmal eine straße teeren dann noch eine garage zusammenstecken bauteile wo ich dann halt auch für die erfahrung gemacht habe dass teile durchaus in den pickup stecken bleiben können und man die keineswegs wieder rausbekommt und dann war noch irgendwas zusätzlich habe ich noch ein paar auf kleinere aufträge gemacht mit transportieren und sowas was man alleine machen kann dadurch habe ich auch einen gesamten betrag von 460.000 erwirtschaftet damit wir jetzt hier nämlich ganz tolle sachen machen können also es war nichts story technisches der harpe der hat nur nach jedem auftrag gesagt hier kauft ihr mal eine maschine oder so herum schafft diese stiefel sind nicht zum laufen gemacht vier von zehn okay dann bin ich jetzt gerade einen schritt genug gegangen ach ich drücke immer eins und so wie kommt man in das hauptmenü h nein ich muss mal wenn wie kommt man in dieses steuerung schnell war construction view fuhrpark j und wie ist der fuhrpark ja okay kommen kommen wir jetzt mal hier das sind unsere eröffnungskampagne das war das hier neben der spur und hier expansion genau dafür brauchen wir nämlich erst mal drei baumaschinen das ist der ganz kurzer hinweis erst wenn diese eröffnungskampagne abgeschlost ist dann können wir im multiplayer durchstarten und das ist jetzt das was wir diese folge versuchen diese eröffnungskampagne jetzt fertig zu machen genau meilensteine kannst du den aktuellen fortschritt der meinten hier kann ich genau mein stein ist ein hauspunkt wie werden das spiel erledigen kannst sie sind mehr zwischen zielen blablabla ach so okay das ist halt einfach wie viel du schon gemacht hast hey taxi schnell reisen genau aufträge genau das ist das was wir machen können an aufträgen aktuell ich habe auch letzte folge ein bisschen quatsch erzählt das ist ja nicht irgendwie dass man wenn man hier drauf kriegt fahrzeuge mieten kann oder so dass dann automatisch gemietet werden und man auswägen kann was man genau macht das ist einfach nur die einzelnen schritte hier genau was wollte ich machen wir gehen shoppen weil ist die frage jetzt weil eine sache die wir machen müssen ist nämlich ein drittes fahrzeug kaufen zwei fahrzeuge haben wir schon genau den diesen kipper da und den bagger lager genau das ist halt die frage was holen wir uns was werden wir am meisten mit benutzen man könnte sich ein kran kaufen warte mal ich mache mal die sortierung nach typ fahrzeug klasse wir haben auch normale autos hier knickgelenk der mulden kippe so kippe würde jetzt nicht erst einmal haben wir ein fahrzeug eine größere zugmaschine könnte man halt überlegen zug mal eine zugmaschine brauchen wir für auflieger mit diesen aufliegern können wir dann maschinen transportieren oder halt größere gegenstände ja wie hausschnell wofür ich im bagger haben wir an sich jetzt auch schon einen aber nur sehr klein ja die frage sinnvoll wäre den zweiten bagger zu machen und sich dann erstmal erstmal auf aufträge zu spezialisieren wo man insbesondere baggern muss wo man erdarbeiten hätte wobei erarbeiten halt auch noch mal etwas an verbunden sind genauso wie wenn du jetzt halt eine thermaschine dir holst du dann halt trotzdem noch schienen mieten werden auf jeden fall das heißt weil sie brauchst das halt weil das wert ist ja auch nicht so teuer zum beispiel ja natürlich oder eine erdwalzen gibt es ja auch noch woran ich aber auch mit gedacht war ein kran wenn wir einen kran nehmen dann gehen wir in richtung hausbau zum beispiel also am anfang sind sehr gerade sehr viele straßen aufträger sie wird vielleicht doch eher in die straßen maschinen investieren aktuell dann wäre es natürlich wäre es natürlich sinnvoll wenn man ein breiteres spektrum nehmen würde also mit sich noch einen zweiten bagger uns holen sondern tatsächlich jetzt irgendwie ja keine ahnung immer den decken fertiger macht oder eine fräse oder eine walze also fräsen ich würde also schwer fräsen brauchst nur wenn du eine straße erneuerst das heißt aber einen schwarz decken fertiger brauchst du immer egal ob du erneuerst oder nicht oder halt einfach komplett neu baust also ich bin tatsächlich für eine thermaschine und wir haben ja das geld ja also daher welchen nehmen wir hier ich würde die von caterpillar nehmen dieser der hat aber kein schönes dach wenn ihr mal die bedacht wenn du dich im kostenlos gleich möchtest nur die die kostet ein bisschen weniger ist dafür aber auch hässlich wenn wir die von bohmark damit tobi nicht im regen draußen sitzen muss während der hat nicht mieten kaufen habe ich nicht berechnet werden noch genug geld jetzt das geschafft und der letzte schritt wir machen müssen ist das zweite gelände kauf du hast ein ziel mit der aktuelle ausbaustufe erfüllt genau das letzte ziel ist jetzt nur noch dass wir den zweiten erstes ziel ist genau das firmengelände 2 wo wir das jetzt gut haben haben wir den auftrag expansion automatisch abgeschlossen ja gekauft ja mechaniker brauchen nicht und zur augenlach den expansion wählen expansionen sprich mit harpe auftrag annehmen muss auch auch machen wollen auftrag hier ne da krieg mal 0 credits dafür statt 0 ein bauabschnitt haben war in weiß um der neuesten nutzen zu können wirst den auftrag nein das habe ich gekommen egal nicht fragen schnell reist nächsten punkt oder hin rennen zu habe diese harpe wackelfigur die du auch in der letzten folge thematisiert ist die haben war weil wir das spiel vorbestellt haben tatsächlich diese habe wackelfigur ist ein vorbesteller feature also was ich noch ausprobieren habe man kann ja auch vor könnte die hausschutz ablegen wenn ich brauchen das ist ja praktisch dann sollte das auf jeden fall machen okay vielleicht hätte ich mich in ein auto setzen sollen und ja ist das neue firmengelände ja hey aber wir haben bisher mehr geschafft als harpe hinter der ganzen karriere kleiner disrespekt glückwunsch zu diesem beeindruckenden firmengelände nicht dass ich meine alte firma verstecken müsste aber von hier aus kannst du so richtig durch starten es stehen dir nun wirklich alle wege offen du kannst nun tun und lassen was du willst dennoch solltest du dich hier auch weiterhin nützlich machen denn die stadt braucht jemanden der ordnung in das chaos bringt es gibt da ein paar für dich interessante aber doch sehr unterschiedliche auftraggeber die ihre ganz eigene sicht auf die probleme der stadt haben da gibt es den investor mit großen visionen die umweltbeauftragte den direktor des historischen museums und die frisch vereidigte bürgermeisterin der stadt wenn du dir einen namen machen möchtest dann unterstütze sie bei ihren projekten es wird sich sicher für dich lohnen am besten triffst du dich mal mit ihnen und findest heraus was sie vorhaben und ich wünsche dir jedenfalls viel erfolg wir sehen uns sicher bald wieder das heißt auch hier ist das meeting zusammenarbeiten können wir auch die zukunft der stadt hier anders mitgestalten hast du es jetzt geraten oder weißt du dass ich kenne mehr als die als hier dingens das tutorial kenne ich auch nicht sammeln objekt also das alles was wir jetzt hier machen das auch für mich und entdeckter grund weil wie toby schon gesagt hat ich habe schon vorher erkundigt aber ich habe auch nur dieses tutorial also die ersten treibende der ersten drei folgen angesehen ich drücke immer escape um ins menü zu kommen das muss ich irgendwie was will der du hast die kampagne öffnen ja genau hier das projekte erneuerbare energien kulturelles erbe und verkehrswege das von der bürgermeisterin ja finale das sind die jobs die kampagnen aufträge genau und zwar wir haben jetzt natürlich noch die standardaufträge weiterhin die wir sowieso schon vorher hatten also hier sowas hier was weiß ich hier eine verkehrsstraße dort eine verkehrsstraße und so weiter allerdings haben jetzt auch ein paar spezielle jobs und solche bei den prestige projekte hier da haben wir die der erste lückenschluss das ist eine zufahrtsstraße bekomme ich ins menü toby m kommst du auf die karte b ist bau und so genau bei erneuerbare energien da haben wir können wir zum beispiel eine parkanlage jetzt bauen und bei kulturelles erbe ein weg in die vergangenheit das ist waldbefestigung und halt ansonsten verkehrswege ist lärmschutzwand lärmschutzwand klingt 170.007 arbeitsschritte was wollen wir da alles machen einweisung ich sag mal so wir hatten jetzt ja eh gesagt wir wollen das mal erdprojekte machen was ne wir haben gerade eine thermmaschine gekauft ja richtig für straßen bauen so halt eben ja das meine ich auch das wäre sinnvoll wenn wir erstmal in verkehrswege gehen würden anbau lärmschutzwand feiler lärmschutzwand platzierung hinterfüllung oh mein gut ich hätte nicht gedacht dass lärmschutzwände so aufwendig sind ja aber auch die wärme hauen die wärme schutzwand jetzt erstes mal oder weiß ich nicht also mit der thermmaschine hätte ich jetzt eher die heute von dem prestigetypen ist gemacht zufahrtsstraße hier auftragen habe ich die großen die kleinen aufträge weil wenn du bei jobs ist aufträge das sind die kleinen aufträgen bei kampagnen sind die großen aufträgen okay also wie gesagt ich würde die zufahrtsstraße machen oberboden abtrag baugrundverdichtung okay ich sehe die ist zufahrtsstraße gar nicht dass ich bei den kleinen jobs das ist bei kampagne prestigeprojekte okay bisher für führt nur ein unbefestigter weg zum bauplatz der zukünftigen hotelanlage es muss eine stabile zufahrt angelegt werden um den platz für schwere baumaschinen erreichbar zu machen okay hotel bauen klingt geil oder schick hotelanlagen touristus repräsentativ repräsentabel öffentliche bereiche nichts wichtiger ist das image einer stadt wenn er das so meint machen wir bei erneuerbaren energien hätten wir erstmal eine parkanlage und bei kulturelles erbe hätten wir okay da müsste man denn was ausbaggern oder annie die städte wald muss befahrbar gemacht werden ein befestigter weg wird benötigt dann würde ich auch so sagen machen wir die machen die zufahrtsstraße für diesen auftrag werden materialkosten zwischendurch fällig die deinen aktuellen kontext und überschreiten willst du da noch den auftrag annehmen nein ich glaube wir müssen erstmal eine normale verkehrsstraße oder so machen okay verkehrsstraße noch mal 60.000 straßensanierung klingt auch gut auftrag annehmen ja ups ich hab hoch ausgewählt naja ich hab arbeitsaufstrag hoch ausgewählt der ist im dorf wir brauchen mehr geld wo ist denn der im dorf direkt in der nähe ach da vorne wir brauchen Asphalt fräsen Asphalt auftragen Asphalt verdichten also es wird Asphalt fräse jo welchen nehmen wir ist völlig egal wen ihn wo mag haben wir ja sag soll ich dann schon mal ähm klingens äh den schwarzdeckenfertiger nehmen ne brauchst du noch nicht wir brauchen sowieso erstmal noch den die pritsche mit der sammelst du dann nämlich gleich das zeug ein was ich dort rausfähre also ok dann fahr ich mir der pritsche direkt dass wir hier zur baustelle genau das war nämlich auch einer der aufträge sozusagen einmal die straße zu sanieren und da musst du halt einmal abbresen alles und dann ähm Wegpunkt setzen ne hm mit ah mit G ok ja ich hab's ich komm her gefahren so gucken wir mal da das Ding hat das hat halt eine sehr sehr kleine arbeitsbreite aber man sieht ja auch schon die straße die sieht nicht mehr schön aus die muss mal neu gemacht werden ja nach alle paar jahrzehnte muss die Asphalt dickert mal getauscht werden ach ich stehe am bahnübergang Tobi der Zug kommt oder eigentlich doch nicht weil das auch gerade schon weg für der Zug sehr gut ich hab dabei schon mal den die Tärmaschine hingefahren ja achso übrigens verkehrsregeln habe ich ausgeschaltet das war mir zu teuer ja das hab ich gemerkt ja das hab ich gemerkt Mahlzeit aber wir sind schon ordentlich Schlaglöcher und die sind ordentlich schon äh wieder erneuert worden falsche Seite und wie fährst du jetzt vorwärts Richtung Rohr also ich muss vor dir her fahren ja Aua mein Außenspiegel ja mein Außenspiegel macht es auch es macht es nicht besser ich fahr nur im hkmh läuft doch wie ein Schnürchen hier jo du guckst wegen Verteilung ne ja das mach ich gut stopp ich bin voll dann verkaufs F und verkaufen F Schüttgut oder so musst du erst rein und dann verkaufen Böhn ah leeren zack 4.500 verdient und dann bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, ist'n durch. Das war's. Meine Fresse. Meine Fräse, um genau zu sein. Er hat sich ein bisschen gezogen. B wie Baumaschinen und dann hier, nee, nicht einlagern, zurückgeben. Zack. Ja. So. Als nächstes brauchen wir noch eine Walze und einen Asphalt-Transporter-Lkw. Asphalt musst du einen speziellen Lkw transportieren. In so einem Wärme-Lkw. Willst du dein Asphaltieren? Nee, Asphaltieren mal lieber du und ich hol das Zeug davon ab. Und du kannst ja weiter schon die Baumaschinen hier rüber schleppen dann. So, wo stehen die Maschinen jetzt? Ich muss noch ausleihen. Oder hast du schon? Okay, warte mal. Nee. Ja, Fuhrpark. Fuhrpark, wo kann ich was ausleihen? Äh, beim Shop. Gehst du auf M, dann der Fahrzeughandel, das sind die drei Räder, betreten. Und dort kannst du dann Sortierung F nach Fahrzeugklasse und G nach Job 1. Und da kannst du dann ausleihen. Das, was wir brauchen. Bzw. der Asphalt-Dings ist gar nicht dabei. Ja, okay, also kein Jobfiltern. Dann muss man mal gucken. Äh, Muldenkipper. Äh, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn? Betonpumpen. Hä? Wo ist er? Wo ist er? Wittchenwagen, Baggerlader, Zivilefalt. Ja, Asphaltkörper, ich hab ihn. Wo ist denn der? Hinter den Kränen. Direkt unter den Kränen. Reine Betonmischer. Ich hab's nach, äh, Hersteller gemacht. Ach so. Ich würd trotzdem gerne, wo die sind. Äh, Mac. Also von Mac gibt's einen. Bagger. Mac ist ne amerikanische Marke, ne. Ich nehm den von MAN, den Asphaltkipper. Hm. Ich biete den mal. Oh jo. Oh jo. Ah, du musst ihn noch autorisieren. Ja. Ah, gut gemacht. Och, das mit dieser Kettensteuerung, ne. Zum Glück gibt's diese Arcade-Steuerung. Oh. Die normale Kettensteuerung ist ja grauenhaft. Hab ich auch schon, hab ich auch schon belesen. Ähm. Harte. Ich muss doch jetzt bestimmt zum Kieswerk. Wo ist denn das Vieh? Links. Kieswerk-Steinbruch heißt das. Ah, da. Dann fahr ich da mal hin. Mach schnell, Reise. Ich will jetzt hier nicht ne halbe Stunde warten, bis du dort bist. Ne, die Wackenfigur, die haut so schnell den Kopf hin und her. Sie sieht nicht mehr gesund aus. Wir fahren grad 100. Na ja. 110. Achtung, abbiegen. Ich kann bremsen. Keine Sorgen. Die funktioniert in dem Fahrzeug. Gleich hier rein. Stopp! Hier vorne ist etwas falsch. Ah, okay. Da hinten ist Schuttgut. Ich verstehe. Dann gehst du mal F ins Menü und machst auf. So, und dann einfüllen. Du musst gedrückt halten. Ach so. Das klingt ein bisschen wie Schnee, oder? Ja. Das heißt, ich verbrauch mal. Ach voll. Brauch mehr als eine Ladung. Okay. Weil das ein hoch und runter ist. Gippen. Ah, okay. Nicht wegfahren. Fahr ran. Trau dich. Und der kitzert sich auf den Boden, ey. Ich bin jetzt zuerst zu nahe angefahren an dich. Ach, dann ging die Klappe wieder nicht rüber, ne? Ja. Ich sag dir, wenn ich voll bin. Das dachte ich mir. Aber das hört doch, glaube ich, automatisch auf. Okay, voll. Okay, let's go. Äh. Wer war schon die nächste Ladung? Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich, ich, pass auf. Ich fahre erst mal eine Bahn und dann wissen wir, wie viel wir brauchen. Okay. Ja, okay, wir brauchen mehr als eine Ladung. Okay. Aber bleib hier und füll erstmal den Rest rein. Okay, dann machen wir es so. Ich bin leer. Jetzt. Yep. Jetzt abgebildet es vier, maximal vier Spieler pro Server. Kannst du so eine richtige Kette machen aus LKWs? Ja. Aber hey, das ist unsere eigene Asphaltiermaschine jetzt, ne? Jo. Pool, ne? Das ist schon krass. Da hätten wir uns drei Walzen kaufen können. Und bitte benutze schnell Reise. Ah ja. Ich, mittlerweile denke ich... Und weg, und weg war er. Gerade stand er noch im Weg und plötzlich war er weg. Ich bin gleich wieder da. Äh, du musst dich nochmal holen. Naja, okay, kannst du auch gar nicht, ne? Ja, wovon denn? Pass auf. Jetzt, äh, mach ich nämlich die Einbaubohlen, oder? Wie die heißen, weg. Ich habe hier nur noch eine schmale Spur. Verdiete. 250.000. Kleinere Schritte gibt es nicht? Ne. Ja, aber warte mal ab. Ich mache jetzt hier nochmal ganz kurz das. Und mal gucken, ob es dann... Ob es dann reicht mit dem, was ich dann verkaufe, und du dann verkaufen kannst. Alle 24 Stunden wird ein Zinssatz von 2% fällig, bis du den Kredit zurückgezahlt hast. Weil wir werden dann direkt, doch bevor die 24 Stunden ablaufen, zurückzahlen. Das heißt, wir werden keine Zinsen zahlen müssen für den Kredit. Ja, aber wir nehmen trotzdem Kredit auf, und das ist schlecht. Aber kriegen wir jetzt Geld dafür, dass du fertig bist mit Asphaltieren. Okay, ich glaube so viel. Hast du noch was drin? Ja. Dein Verkauf ist auch mal? Sehr schön. Reicht das jetzt, so? Weiß nicht. Gib die Fahrzeuge auf jeden Fall noch nicht zurück, weil das kostet auch immer nochmal. Ah, okay. So. Knapp bei Kasse sind wir hier. Ähm, betreten. FG Asphaltwalzen. Ja, 1500 koste. Ja. Minus 10%? Ah, wir kriegen sogar Vergünstigung hier. Wie das denn eigentlich? So, jetzt zurückgeben? Nein. Also ja, kannst du, aber ich weiß nicht. Ja, oder pack halt einen Kredit rein, und dann können wir gleich zwei Walzen nehmen. Ja, komm, weil du Walzen. Ich mache auch Walzen. Ich glaube, ich kann es nicht mal zurückgeben, oder? Also ich kann es nicht zurückgeben, weil ich drin sitze. gerade, aha. Ähm, wo kann man es machen? Kredite? Ja, okay, bla bla bla. Sieben Tage Rückblick, alter. Jucht doch keinen. Akzeptieren. Äh, ich miet ja auch nur in der Walze. Yay. Steht beim Fahrzeughändler. Ja, das dachte ich schon. Mhm. Wo auch sonst, ne? Hm. Da steht ne Walze. Ups. Ich wollte gerade unsere Walze, äh, unsere... Ach, wie hieß das gleich? Unser Teil dort verkaufen. Das heißt, statt zurückgeben. Sehr gut. Dann können wir auch nochmal ein Fandeln machen mit dem Walzen. Finde ich auch gut. Äh, gehst du auf... Ja oder nie, wir können auch nebeneinander fahren. Ähm, pass auf, wenn du drauf stehst, dann musst du gleich nochmal, äh, Verdichten aktivieren bei F. Verdichten ausgeschaltet. Weil du noch auf der Straße stehst mit einem Rad. Ah, okay. Let's go. So, sind wir ja schon fast fertig hier. Haben so einen kleinen Kredit gebraucht. Ansonsten alles im Lot. Aber der Kreditkommersofahrer und dem Auftrag fertig sind. Ja, wir müssen noch runterfahren. Warte, warte, geh einfach raus. Aus der Walze zumindest. Aus der Walze zumindest. Warte, warte, geh einfach raus. Beame mich hoch, Hape. Errungenschaft. Eieiei. Warte mal, man kann die auch einlagern. Also, ich seh's grad drin. B. Einlagern. Asphalt ist neu. Warte, ich will mir die Baustelle nochmal angucken. Ne, Reise. Und wir haben eine halbe Million auf dem Konto. Entsprech doch mit dem Vorarbeiter. Jo. Ich komme schon. Ah, ne, das bist du. Ja. Tag, die Dame. Epische Musik. Jihau. Mais. So. Ich würde sagen, fragt, ob ich mir die Kamerasequenz auch anziehen möchte oder nicht. Kredite. Auswahlmöglichkeiten. Rückzahlung. Zack. Sieben Tage Rüffel, Geldüberweisung. Ja. Viertelmillionen. Wieso kann ich ein Tier was überweisen? Ich glaube, es kann sein, dass wir getrennte Kontostände haben. Ne, wir haben Privatkontostände und das Firmenkonto. Ah, okay. Das kannst du für den Lohn auszahlen. Nice. Mach ich aber nicht. Ja, ich bin wie Sklave hier. Jo. Na dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da werden wir mal ein bisschen Kampagnenauftrag machen wahrscheinlich. Aber bis dahin noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.